KSC Asahi Sprengberg. Ein Team, ein Traum, eine Mission. Der Auftakt in die dritte Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Zu Gast ist der Aufsteiger und Mit-Favorit aus Hannover. Ein echter Brocken. Doch Judoka gehen auf die Matte, um zu kämpfen. Aber Hoax gehen auf die Matte und gewinnen. KSC Asahi Sprengberg gegen Judo Team Hannover. Am Samstag, den 16. März in der Sporthalle Heidemühl.